Mit dem Keller E-Mail-Kompett-System bekommst du quasi alles, was du benötigst, um dir deine eigene E-Mail-Liste aufzubauen in der Nische Online-Geldverdienen im Internet. Man sagt dir, das Geld in der Liste, nur das Problem ist, wie kann man so eine Liste erstellen? Man muss Freebies machen, sogenannte Kundenmagnete in Form entweder von PDFs, E-Books bzw. Videokurse, Checklisten usw. Dem Einsteigerfeld ist natürlich schwer, das Ganze umzusetzen. Und hier greift dann das Produkt, das Keller E-Mail-System die Materie auf und liefert dir als Einsteiger im Online-Marketing praktisch alles, was du benötigst, um dir deine E-Mail-Liste aufzubauen. Das fängt an mit verschiedenen Landingpages, sogenannten E-Mail-Einsammelseiten, die du bekommst. Hier sehen wir zum Beispiel gerade eine inklusive der Grafiken, inklusive der gesamten Vorlagen und das ist nicht nur eine Vorlage, sondern du bekommst quasi gleich acht Vorlagen. Davon sind sechs Squeeze-Pages zum Thema Online-Marketing und zwei Squeeze-Pages zum Thema Abnehmen. Das sind zwei E-Books über Low-Carb-Rezepte, die du hier ebenfalls mit dazu bekommst. Das ist das Tolle. Du brauchst dich praktisch um nichts zu kümmern, denn du erhältst nicht nur die Freebie, sondern natürlich auch gleich den Mitgliederbereich mit dazu. Und hier ist was richtig Tolles. Und zwar, es gibt ein Member-Wunder. Ein Plug-in für WordPress, was normalerweise im Monat knapp 30 Euro kosten würde. Stell dir vor, wie gesagt, diese knapp 30 Euro, die musst du nicht bezahlen, sondern dieses Plug-in wird ja praktisch mit dazugegeben. Und das Tolle ist eben, dass deine Interessenten dann entsprechend hier im Mitgliederbereich auf ihr Produkt zugreifen können. Ja, wir sehen hier nochmal das Produkt, die gezählten Keim- und Affil-Strategien und hier ohne Specken gleich die Videos dazu hinterlegt. Also sozusagen alles fix und fertig, was du eigentlich nur machen musst, ist dafür zu sorgen, dass oben in den Trichter genügend Interessenten reinkommen, die sich dann bei dir in der E-Mail-Liste eintragen. Und dann, wie gesagt, erhalten sie sofort den Zugriff auf den internen Mitgliederbereich. Die Videos, wie gesagt, die sind auch gehostet. Bei Vimeo, da musst du dich auch nicht kümmern als Kunde. Weil das kostet normalerweise auch nochmal extra. Ja, da bezahlst du ihm im Jahr knapp nochmal fast 150 Dollar für das Hosten dieser geschützten Videos. Die kann man also nicht darunterladen. Das ist wirklich ein realer Mitgliederbereich, den hier die Kunden bei diesem Produkt bekommen. Außerdem, ja, es geht ja noch weiter, erhalten die Kunden nicht nur die Squeeze-Pages, sondern es gibt noch das Tool mit dazu, was sich Thrive Architect nennt. Ja, dieses Thrive Architect, das würde normalerweise auch nochmal 69 Dollar einmalig kosten. Ja, aber das ist hier ebenfalls mit dabei. Und du merkst gerade, dass ich mich praktisch kaum nur halten kann vor Begeisterung. Ja, also ganz ehrlich, ich würde jetzt hier durch das Mikrofon springen. Weil das, wie gesagt, ist alles hier mit dabei. Und du siehst jetzt gleich nochmal die ganzen Squeeze-Pages, die es hier gibt. Und das Tolle ist, es wird praktisch alles bei dir auf deiner Domain installiert. Ja, das kommt ebenfalls nochmal oben drauf. Hier zum Beispiel, das ist eine Squeeze-Page, 10 geheime Facebook-Hacks. Ja, die nächste Squeeze-Page. Pinterest-Strategie. Perfect-Strategie. Ja, und hier Low-Cap. Also ganz ehrlich, mehr geht eigentlich gar nicht. Ja, und das Ganze zu einem absolut unschlagbaren Preis von 97 Euro im Jahr. Ja, und selbst wenn es eine Jahresgebühr ist, ja, so sind das gerade mal, umgerechnet, weiß ich, 6 Euro im Monat. Also ich bitte dich. Da kann man ja absolut gar nichts anderes erwarten, als hier, dass man zugreift. Weil so eine Chance, die gibt es eigentlich gar nicht woanders. Dazu bekommt man hier noch vier Gratis-White-Label-Kurse, ja, die man sich ebenfalls entweder selber anschauen kann, beziehungsweise noch mit als Bonus mit rausgeben kann. Ja, hier sind die entsprechenden Videokurse von den Freebies hinterlegt. Alles schon fertig. Ja, diesen WordPress-Blog, wie gesagt, bekommt der Kunde direkt installiert. Ja, da muss er hier an der Stelle noch seinen HTML-Code von seinem Autoresponder-Anbieter hinterlegen, seine E-Mail-Liste einrichten und das war's. Dann kann es losgehen mit dem Geldverdienen und der eigenen Liste, beziehungsweise den Listenaufbau. Ein tolles Produkt, wie ich finde, ja, das Killer-E-Mail-Kontest-System. Man kann alles, wie gesagt, hier entsprechend anpassen. Man muss keine Produktboxen sich extra bauen lassen. Ja, das kostet normalerweise auch Geld, ja, wenn man nicht die eigene Möglichkeit hat. Wo kriegt man, wie gesagt, schon so eine Produktboxen her? Ein rundum sorgloses Paket, wie ich finde. Für mich eine klare Kaufempfehlung, ja, wenn du interessiert daran bist, eben deine eigene E-Mail-Liste aufbauen zu wollen, zum Thema Online-Geldverdienen im Internet. Du kannst natürlich auch, wie gesagt, hier mit den Low-Cap-E-Books, die ebenfalls in der Nische abnehmen, deine E-Mail-Liste aufbauen. Ja, das sind hochwertige E-Books, ja, inklusive Bildern, ja, farbigen Bildern, was gar nicht mal so häufig vorkommt, ja, denn hier wurden Bildlizenzen entsprechend genutzt. Und da gibt es zum Beispiel, wie gesagt, diese 72 Low-Cap-Rezept-Ideen, beziehungsweise in dem anderen E-Book sind über 100 Low-Cap-Rezepte mit enthalten. So, ich kann nur sagen, dass es wirklich ein tolles Produkt ist. Ja, liest dir am besten den weiteren Text durch. Und ich denke mal, du bist überzeugt davon, wenn du ernsthaft Affiliate-Marketing betreiben möchtest, dass das nur über den Aufbau einer eigenen E-Mail-Liste funktionieren wird.